Liebe Leserinnen, liebe Leser, mein Name ist Michael Raberga und ich bin Geschäftsführer der RIKO Österreich und Ungarn. Ich hoffe, Sie haben bei der Lektüre der RIKO Österreich Broschüre viel erfahren, was Sie bisher noch nicht wussten. Seit unserer Gründung im Jahr 1936 hat sich viel getan. Wir sind mittlerweile ein weltweiter Konzern und begleiten mehr als 1,4 Millionen Kunden auf dem Weg in eine digitale Zukunft. Wir sind davon überzeugt, dass die Vorstellungskraft und Kreativität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens den wahren Wert ausmachen. Diese Kraft hat auch RIKO in den letzten Jahrzehnten beflügelt. Heute ist RIKO ein weltweit tätiger Konzern. Mit unserem Know-how und unserer Technologiekompetenz wollen wir dazu beitragen, die großen sozialen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen und als Unternehmen zu wachsen. Unsere Technologien ermöglichen, Prozesse zu verschlanken, Kosten zu sparen und dabei Umweltressourcen zu sparen. Unsere Lösungen im Bereich des digitalen Dokumentenmanagements helfen dabei, Arbeitsabläufe zu automatisieren. Unsere digitalen Bürokommunikationslösungen helfen dabei, örtliche Barrieren zu überwinden und effizient zusammenzuarbeiten. Das spart Geld. Und Zeit. So ermöglichen wir Menschen im Arbeitsprozess, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und ihre Kreativität zu entfalten. Das macht Arbeit erfüllender, für mehr Freude und Lebensqualität im Alltag. Und das gilt im Übrigen nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für unser eigenes RIKO-Team. Wir von RIKO haben uns zum Ziel gesetzt, zu mehr Nachhaltigkeit und einer Steigerung der Lebensqualität für alle Menschen beizutragen. Dabei stehen Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz ganz oben auf unserer Agenda. Insbesondere kümmern wir uns um die Entwicklung einer CO2-neutralen Gesellschaft und der Schaffung ressourcenarmer Produktionsprozesse. Unser klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, Steigerung der Lebensqualität und Wohlstand bilden die Basis unseres unternehmerischen Handelns. Aber auch die Grundlage für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.